Hallo und herzlich Willkommen zur 57. Episode von Pufffinder Kingmaker. Wir sind immer noch auf der Brücke von Gudrul, können leider den Lindwurm hier nicht schlagen, zumindest weiß ich nicht wie im Moment, deswegen machen wir mal hier weiter. Mach auf! Ich bin jetzt der 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 Was ist das? Oh, das war das Marge ist. Gebetrolle der Negativ-Energie verfügt der Träger dieses Stirnbands über das Attribut Negativ-Energie fokussieren, erhöht sich das Schaden, okay. Na, haben wir nicht. Wie denn nicht das Gold wird. Keine Stoppung jetzt! Weiter kann ich Wolfie nicht ausrüsten. Hatte ja, Resistenz zu machen, plus 2. Ja, keiner macht ein bisschen Griff. Eher wenn er sich verwandelt würde, wenn er so eine Verhandlung hat, aber man hat er ja nicht. Hm. Depp hat er eigentlich viel wert, aber auch mal griff nicht. Es ist fertig! Nicht die Gegend. Was ist die Begevon... Ja, bitte... Fragst du mich? In den Auslautern. Aufsichtiger! In den Auslautern! In der Auslautern! Begevon! In den Auslautern! ... ... ... ... ... ... ... ... Aber ich glaube, das war's so ziemlich, wenn ich dann auf irgendeine Kletterpassage komme. Sehr schön. Schatuliere. Was ist denn nicht in die Ausflug? Oh, das ist bestimmt nicht in die Ausflugung. machen wir gleich ein lager ich habe leider vergessen, dass ich Linze wieder dazu stelle ich habe leider keine Ahnung, ich habe leider keine Ahnung, ich habe leider Sehr schön, so da könnten wir das Wasser, das lass ich lieber noch, lieber mal alles hier erforschen. Oh, ehemalige Grabügel, okay. Mit der Kott ist das? Grant, du bist tot. March on! Time to search for this spot to rest. You're so sullen, quiet! I'm nothing. Time to search for this spot. It is done. Time to search for this spot. 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 What is this here? Oh, I don't like surprises. Time to search for this spot. Time to search for this spot. Super, Lindsay. Take everything with you. Time to search for this spot. 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 Okay. Time to search for this spot. Time to search for this spot. Applaus, please! Super, Lindsay! Kurz mal speichern, aber ich habe jetzt echt schon mit einem Licht geklappt. Ja, vielleicht kann man noch zu einem. Let's finish them quick! Ich habe eine kleine Auszeichnung in unserer Geschichte. Ich habe es nicht in Ordnung. Sie haben gerade gesagt, Explochen! Streich mit all your might! Ich mag nicht die Überraschung. Applaus, bitte! Super, Lindsay! Dieser Brückling, das ist alles richtig und falsch, als wäre sie mit Zare übergossen worden. Okay. Das war so ein Schirrner. Nicht schlecht! Was haben wir da jetzt bekommen? Probe des Wassers! Kälteora! Aber sie hätte ja auch keinen Rüstungsmahl. Also sie hätte ja auch keinen... 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 Keinen Zarehelschlag. Keinen Zarehelschlag. Ist halt kranker, oder ist das? Keinen Zarehelschlag. Keinen Zarehelschlag. Wird nicht schlecht. Keinen Zarehelschlag. Keinen Zarehelschlag. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schere 1-plus 2. Ich würde fast gleich viel Schaden machen, aber der Vorteil ist, dass es eine plus 2 Waffe ist. Moment. Okay, die Blitz ist doch besser, weil ich mache keine Attacke mehr in der Sonnverweise. Lass nur die Blitze noch. Hm, ich glaube ich habe alles. Wir sind auch ziemlich überladen. Ich kann jetzt Geld wieder verkaufen und gehen und überladen, wie ich bin. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt hier. Was diese Kälte ist, weiß ich nicht. Aber wir werden es mal probieren mit dieser Probe. Oh. Oh. Sind wir hier jetzt bei angeschlossen? Hm. Das können wir ja nicht näher, da können wir nur Zeit vergehen lassen. Mal schauen, ob wir irgendwas hier sehen. Mal schauen, ob wir irgendwas hier sehen. Ähm. Und jetzt auch herumgehen. Mal schauen. und betrachtet das Symbol und dort merkt man so frische Spuren im Stab. Jemand war ja erst kürzlich hier. Hm. Irgendwie muss ich da wieder rausgehen. Ich habe den Knopf aufgedrückt. Irgendwie. Hier ist nirgends mehr was. Das ist ja sehr mysteriös. Ich habe den Knopf aufgedrückt. Ich habe den Knopf aufgedrückt. Okay. Jetzt werde ich langsam nervös. Ah, Moment. Hier geht es auch weiter. Oh, I don't like surprises. Anything else? Ich würde sagen, wir sprechen lieber. Ich habe den Knopf gekauft. Ich nehme bitte. Ich habe den Knopf aufgedrückt. Das war wir im Bord aufgedrückt. Ich bin da mit mir. Aha! Jetzt ist es noch weg, oder? Für Elite! Scheiße. Das ist ja schon eine Elite-Depünke. Nice. Wie viele Zahe gibt es hier? Das ist noch nicht aufgegangen, das heißt wir würden uns nochmal durchschlagen, aber wir haben keine Haste mehr, leider. Das ist noch nicht möglich. Das ist noch nicht möglich. Das ist noch nicht möglich. Applaus, bitte. Das ist noch nicht möglich. 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 Applaus, bitte. Das ist noch nicht möglich. 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 Gut, dann speichern wir mal. Schauen wir, ob wir es schaffen können. Ich bin gerade am überlegen, einen Hund vorzulaufen. Ist ja nicht möglich. Ich geb diesen Schub. Ich bin nur ein Schub. Das ist ein Schub. Ich bin nur ein Schub. Wir halten uns das Schub. Die Schluch. Was kann es be... Gut, das muss ich wohl nochmal probieren, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode wieder. Ja, ich weiß, ich bin jetzt frech und fähnt einfach die Episode mitten im Kampf, muss mich aber noch überlegen, wie ich das machen möchte. Und leider habe ich jetzt auch einen Termin, deswegen, sorry, 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 muss ich mich leider von euch von abschieben. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir können beim nächsten Kampf gemeinsam die, was auch immer das sind, Golems bezwingen. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Knubsan, bye bye.